So, hier das ist jetzt der Strandabschnitt vom Sheraton Summer Bay. Also hier auch wieder ganz, ganz toll diese... Sonnenschirme, unten drunter Sonnenliegen mit ganz, ganz dicken Auflagen und auch der Windschutz oder Sichtschutz wieder einfach nur super. Hier unten sind auch Duschen direkt am Strand, dass man gar nicht hoch muss, wenn man nicht möchte. Hier ist dann auch gleich ein Restaurant, wo man mittags Mittagessen kann. Und hier ist das Hauptgebäude, wo oben die Spezialitätenrestaurants sind, unten das Hauptrestaurant ist.